0 zu 0 Ja und hier Uvi kennt, er ist ein Kämpfer mit großem Herz, er wird sehr sehr viel versuchen Diesen ersten Satz, vielleicht schafft er noch das Wunder, super Ball ist und so ein Punkt nimmt man doch da mal gerne mit Diesen Satz noch etwas einfacher vorgestellt hatte, mit 1 zu 0 und schlägt jetzt beim Stand von 0 zu 0 auf Aber dies waren eher Ionescu zum Topspinfehler reagiert, 7 zu 2 jetzt wieder für den Bremer, sehr sehr hoch Natürlich sehr sehr schwer gegen so einen Mann wieder rein zu kämpfen Und muss ich glaube ich etwas einfallen lassen um den Bremer doch Aus der Sicht von Basti Steger Das hoffen wir hier natürlich nicht, aber jetzt Steger Super Vorhandflip, diagonal Und hier etwas Glück Wo Video Ionescu Aufschlag hatte noch Man kann ihn auch über den Tisch blocken Ja und hier wo der Mut Für den Bremer zwei Punkte fehlen noch Zweiter Matchball Und den nutzt er mit der Netzkante 12 zu 10 im Satz Nummer 4 Dann geht's doch Mit der ausschneider Auschneider Wunderschöne Ja Du hast doch Du hast doch Du hast doch Dich